Ihre Zeit, an billige Bitcoins zu kommen, wird knapp. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo immer Sie sind, wann immer Sie sind. Vielen Dank, dass Sie sich meine Videos angesehen haben. Mein Name ist Da Vinci Jeremy. Ich bleibe an diesem wunderschönen Dienstag hier in Dubai am Leben. Wir sehen Bitcoin bei 66k. Hm, weit weg von den 60k. Bedeutet das nun, dass wir viel höher gehen werden? Darüber und mehr werden wir in der heutigen Folge sprechen. Schauen Sie sich den Film also unbedingt bis zum Ende an, klicken Sie auf Gefällt mir, klicken Sie auf Abonnieren. Und schon können Sie direkt in die Nachrichten einsteigen. Äh, fangen wir mit Litecoin an. Es feiert etwas. Es feiert einen neuen Meilenstein von 12,5 Jahren ununterbrochener Betriebszeit. Rechts. Sie haben das auf Ihrer Twitter-Seite gepostet, oder? Wirklich stolz auf diese Leistung. Im Vergleich zu Bitcoin, das, wie Sie wissen, in den letzten 12 Jahren, also 12,5 Jahren, keine hundertprozentige Betriebszeit hatte, gab es einige Ausfallzeiten. Natürlich war das Anfang des Jahres 2010. Und das war im Jahr 2013, als Bitcoin ein kleines Problem hatte, als es eine Abzweigung zwischen Version 7 und Version 8 gab. Und ja, es gab also eine kleine Müllkippe. Bei leeren Kisten waren bis zu 50 Dollar drin. Und ja, ich habe viele Leute in Panik versetzt, oder? Unter meinen Freunden herrschte damals Panikverkauf. Das war bedauerlich, denn der Betrag belief sich dann auf etwa 266 DeLow. Also ja, geraten Sie nicht in Panik, wer kaufen Sie? Egal, was Bitcoin bleiben wird. Rechts? Ja, seitdem haben wir eine hundertprozentige Betriebszeit und das wird meiner Meinung nach auch in Zukunft so bleiben. Also keine Sorgen. Bitcoin ist hier, um zu bleiben. Behalten Sie Ihre Bitcoin, denn das tun die meisten Menschen. Der Markt für Stablecoins erreichte 160 Milliarden und erreichte damit den höchsten Stand seit dem Absturz von Terra. Im Moment liegt der Absturz von Terra Luna direkt hinter uns. Und wir sehen, dass der Wert von Stablecoins steigt. Der Gesamtwert der Stablecoins steigt, was gut ist. Das verschafft Menschen, die an Dollar glauben, Liquidität. Die in Fiat-Währungen sparen. Ich meine, diejenigen, die in Fiat-Währung sparen, wir haben einen Namen für diese Leute. Wir nennen sie Arm. Ich liebe das. Stellen Sie also sicher, dass Sie Ihr Vermögen nicht in US-Stablecoins anlegen. Sie können es für den vorübergehenden Handel verwenden. Sie können es verwenden, um einen kleinen Bargeldbetrag für Dinge aufzubewahren, für die Sie es verwenden müssen, beispielsweise wenn Sie Geld in US-Dollar schulden. Zu diesem Zweck können Sie Stablecoins vorübergehend als Ersparnis verwenden. Stellen Sie also sicher, dass es sich um eine vorübergehende Basis handelt, nicht länger als vielleicht 90 Tage in diesem US-DT, denn, hey, es könnte auf Null gehen, weil, hey, die Regierung könnte zu jedem Zeitpunkt sagen, nein, kein Verlust, in Ordnung. Nun, nun kommen wir zu den Mega-Wall-Abhebungen von Bitcoin im Wert von 53 Millionen von Binance. Wow. Nun, wissen Sie, die Leute wollen ihre Bitcoin. Die Leute wissen, wie spät es ist. Sie wissen, wie spät es ist. Sie möchten Bitcoin nicht auf Börsen belassen. Wenn Regierungen fliehen und pleite gehen, sind sie auf der Suche nach ihrem Bitcoin. Woher wissen wir, dass das passieren wird? Nun, in jedem einzelnen Land, in dem es Hyperinflation gibt, in jedem Einzelnen, in jedem Einzelnen, haben Sie eine Währungsumrechnung Ihrer US-Dollars oder einer anderen Währung, die Sie besaßen, in die lokale Währung durchgeführt. Erwarten Sie also dasselbe von der Regierung. Wenn Sie pleite gehen, was kommt? Okay. Und deshalb möchten Sie Ihre Bitcoins behalten. Sie nehmen sie von den Börsen. In Ordnung. 747.000 BTC wurden in einer wichtigen Bitcoin-Nachfragezone gekauft. Nun, Sie müssen das für bare Münze nehmen. Dies ist die Meinung einer anderen Person. Kein Beweis. Kein Beweis. Du musst es selbst nachschlagen. Aber er sagt, dass die On-Chain-Daten darauf hinweisen, das 1,0. 5, 4 Millionen Adressen haben insgesamt 747.000 Bitcoin im Wert von 66.000 US-Dollar gekauft. Das ist unglaublich. Wenn das stimmt, schauen wir mal, ob es Diamantzeiger oder Papierzeiger sind. Wir werden sehen. Wie Sie wissen, teste ich, oder Sie wissen es vielleicht nicht, ich teste diesen neuen Micro DJ 15 Token. Ich würde gerne. Hat möglicherweise einige Micro DJ 15 Token per Luftabwurf abgeworfen. Schließen Sie also Ihre Metamask an, oder? Verwenden Sie dieselbe Adresse, die Sie auch für die reguläre Metamask verwenden würden, oder? Denn so funktioniert es bei Ihnen. Einfach auf Testnet und Sie werden Micro DJ 15 Token per Airdrop abwerfen, wenn wir live gehen. Probieren Sie es also aus, wenn Sie können. Vielen Dank. Ich schätze es wirklich. Dies ist auch auf unserer Website verfügbar. Wenn Sie zum DJ 15 Token gehen, werden Sie das sehen. Auch der Test. Dies steht also auch in den Links in der Beschreibung unten. In Ordnung. Werfen wir also einen Blick auf den Preis. Dies ist ein Bitcoin. Und sehen Sie, was wir sehen können, wenn wir die Tagespreise über dem EMA-Band betrachten. Das wird allgemein als bullisch angesehen, oder? Das EMA-Band klappte nach unten. Und jetzt, ich erinnere mich, ist es zum ersten Mal seit langer Zeit hier nach unten gekippt und unten geblieben. Und es drohte, noch weiter nach unten zu kippen. Und dann hat es sich umgekehrt. Zurück hier bei 42.000. Und dann ging es los. Wird es ein Flipdown oder ein Teil-Flipdown sein, oder wird es abheben? Das ist die Frage. Im Allgemeinen, oder? Beim Anschauen muss ich zugeben, oder? Ich muss sagen, das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut, oder? Das ist zwar positiv, aber es gibt viele positive Informationen, oder? Das ist doch nicht gut in den Charts, oder? Wir müssen also akzeptieren, was in den Charts steht und nicht, was die Fundamenteldaten über Bitcoin sagen. Sind wir also schon wieder bei 61,8 angelangt? Noch nicht. 61,8 entspricht einer 67.000 oder 68.000 Dollar Marke. Ich denke, sobald wir hier angekommen sind, müssen wir die Situation neu bewerten und wahrscheinlich darüber nachdenken, nach einem Short zu suchen und in diesem Bereich mit der Suche nach einem Short zu beginnen. Hier ist eine mögliche Umkehrung möglich, deshalb müssen wir sagen, dass das nicht gut ist. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Dies kann bis zu 70k betragen, kurz bevor es tatsächlich zu einem Zusammenbruch kommt. Rechts. Hier gibt es also kein Volumen, obwohl Sie sagen, dass es viele Bitcoin-Käufe gibt. Es kommt keine Lautstärke rein. Ich weiß es also nicht. Ich kann nicht sagen, dass das etwas Positives ist. Wenn Sie also am Handel interessiert sind, können Sie dies über 2BitDaVinci15.com tun, BybitDaVinci15.com oder CoinduoDaVinciJay15.com. Links finden Sie in der Beschreibung unten oder im PIN-Kommentar. In Ordnung. Wenn man sich Ethereum anschaut, ist Ethereum wieder auf dem Vormarsch, hat seinen vorherigen Widerstand immer noch nicht durchbrochen, oder? Ich habe diese Widerstandslinien festgelegt, die durch Unterstützung entstanden sind, und es wird so heftig gekämpft. Damit Sie das als wir sehen können, lassen Sie mich einfach hineinzoomen. So können Sie sehen, die 3200-Dollar-Marke ist ein klarer Widerstand oder eine Retusche der 13 EMA auf Tagesbasis. Wenn man sich die 4 Stunden ansieht, sieht es für Ethereum nicht rosig aus. Möglicher Zusammenbruch ist, kommt hierher, oder? Wie Sie wissen, können Sie sehen, dass dies der Fall sein könnte. Ich denke, wenn wir eine Trendlinien-Analyse durchführen, sehen wir uns das hier an. Ja, los geht's. Also wenn wir, wenn wir. Machen Sie weiter. Wenn wir nicht weiter auf dieser Trendlinie bleiben und in die andere Richtung gehen und wir hier draußen auf der anderen Seite sind, sind, das ist schlecht. Wir könnten einfach so zusammenbrechen. Dann könnten wir einfach draußen sein. Auf Wiedersehen, oder? Es ist so etwas in der Art. Mal sehen, was mit Ethereum passiert. Ich muss das im Auge behalten, wenn es direkt in den unteren Zeitrahmen weitere Abwärtsbewegungen gibt. Siehe hier auf der stündlichen Seite. Wenn wir hier oben, über diesem Niveau, sehen wir mal hier, bei 3.24.24. Keinen Zusammenbruch sehen, können Sie Ethereum gute Nacht sagen? Nein. Leider geht es deutlich tiefer. So ist es also. Wissen Sie, es geht rauf und runter, aber am Ende geht es immer höher. Das gibt Ihnen also die Möglichkeit zu kaufen. Die Dips von den Dips, oder? Wer verkauft im Dip? So funktioniert der Markt. Es geht darum, das Geld, das echte Geld, Bitcoin, von den Leuten zu nehmen, die es nicht besitzen wollen. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und wir sehen uns morgen. Tschüss. 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 Vielen Dank.